Mein Name ist Sandra Maischberger. Ich war die Schirmherrin der Wahlgang in den letzten beiden Wahlen. Auf diese Art und Weise habe ich die Arbeit der Politikfabrik kennengelernt und war, um es kurz zu machen, begeistert. Das sind junge Leute. Sie sind kreativ, sie sind kompetent und sie sind engagiert. Außerdem ist es so, dass die nächsten Wahlen bestimmt kommen werden. Und der Informationsbedarf in den Feldern Politik wird sich auch noch weiter nach oben bewegen. Weshalb ich glaube, eine Politikfabrik braucht man immer. Und weshalb ich jeden, der das jetzt sieht, auffordere, sie zu unterstützen.